Ich habe heute vor, über das Erfahrungslernen in der Lernwerkstatt Klecks und im naturnahen Garten unserer schönen Lernwerkstatt, der sozusagen neu gebaut worden ist, ein wenig mit Ihnen zu reden. Klecks, wofür steht das Wort? Ich möchte jetzt die Neugierde nehmen. Klecks steht für kindliches Lernen, erfahren und experimentieren. Und genau darum geht es ganz viel, wenn wir über Erfahrungslernen sprechen, dass Kinder sozusagen in vorderster Front selbst explorieren dürfen, dass sie selbst aktiv handelnd tätig sein dürfen und dass sie das, was sie spannend finden, sozusagen auch erproben können. Und das Erfahrungslernen steht für mich ganz eng im Zusammenhang mit einer partizipatorischen Didaktik, die ich gemeinsam in einer Arbeitsgruppe um Gerd Schäfer herum entwickelt habe, die sich seit langen, mehreren Jahren entwickelt hat, sozusagen auch, und die ich dann in meiner Promotion noch mal weiter ausformuliert habe. Und ich denke, da wird hier und da auch ein Einblick heute darüber gegeben werden, dass sie ein Gefühl dafür bekommen, was meinen wir mit dieser partizipatorischen Didaktik, die sehr kindzentriert ist im Sinne von, dass Kinder dort sehr ernst genommen werden. Genau, und beginnen wir aber doch mal ganz vorne. Was sind Lernwerkstätten überhaupt? Lernwerkstätten sind Bildungsräume für konkretes Erfahrungslernen. Manche sagen auch für forschendes Lernen. Es gibt da viele Begriffe. Ich finde das Erfahrungslernen insofern so schön, als dass da viele wichtige Komponenten drin sind. Also es geht ganz stark erstmal um die konkreten Erfahrungen, die ich vielleicht beim forschenden Lernen mache. Das wird aber gleich auch noch mal weiter erläutert. Es geht darum, dass wir in Lernwerkstätten Wissen und Handeln erfahrungsbezogen zusammenführen können. Und dafür brauchen wir vielfältige, offene, ansprechende Materialien, die für ganz unterschiedliche Fragestellungen in verschiedenen Bildungsbereichen genutzt werden können. Sie sehen hier ein Bild aus unserer Lernwerkstatt. Das ist eine, ich würde schätzen, drei bis vier Meter breite Wand mit ganz ganz vielen Kisten, mit ganz unterschiedlichen Materialien, die für ganz unterschiedliches genutzt werden kann. Wichtig ist uns, dass wir die Materialien immer, wenn die Kinder kommen oder aber auch, wenn die Studierenden kommen, sehr ästhetisch ansprechend bereitstellen und dafür sorgen, dass die Materialien einladen, frei und interessengeleitet zu forschen, zu experimentieren und kreativ zu werden. Es werden ganz bewusst bedeutungsoffene Materialien gewählt, ganz häufig zumindest, die nicht nur einem bestimmten Bildungsbereich zugeordnet werden, sondern Bildungsprozesse in verschiedenen Bereichen, also sei es jetzt Sprache und Literacy, naturwissenschaftliche Bildung oder aber auch ästhetische Bildung herausfordern und auch zulassen. Das Forschende Lernen und das Erfahrungslernen als eine der wichtigsten Formen frühkindlicher Bildung steht bei uns in der Lernwerkstatt Klecks im Vordergrund, sowohl bei den Kindern als auch bei den Studierenden. Deshalb möchte ich am Anfang des Vortrags einmal kurz ein bisschen erläutern, wie wir dort arbeiten und deshalb wundern Sie sich nicht, wenn ich jetzt nicht nur auf Kinder eingehe, sondern eben auch auf unsere Studierenden, da unsere Lernwerkstatt vor Ort ja auch in erster Linie dafür konzipiert wurde, dass unsere Studierenden dort ein Praxisfeld bekommen, um von Anfang an, eigentlich vom ersten Semester an mit Kindern ganz konkret Erfahrungen machen können. Also auch Erfahrungslernen, das ist ganz schön. Das ist dann kein Erfahrungslernen mit Materialien und Räumen, sondern mit den Kindern über didaktische Arrangements, über vorbereitete Umgebung, über einladende gestaltete Materialien sozusagen. Ja und Erfahrungslernen, wenn wir da noch mal kurz hinschauen, bedeutet das aktive, entdeckende, offene, explorierende Lernen im Kontext eben einer vorbereiteten Einladenumgebung. Und da unterscheiden wir jetzt, je nachdem, wenn wir die Kindergruppen einladen, ist es die Aufgabe unserer Studierenden selbst, eine vorbereitete Umgebung für Kinder zu gestalten und die Kinder dann in ihren Spiel- und Gestaltungsprozessen zu unterstützen. Und zwar ohne ein festes Ziel im Kopf zu haben. Das ist das, das ist die große Prämisse in der Lernwerkstattarbeit, dass wir, wenn wir didaktische Arrangements uns überlegen, wenn wir uns Gedanken machen, was könnte für die Kinder spannend sein, womit kommen sie in dieses explorierende Erfahrungslernen, dass wir zwar uns Gedanken machen und etwas vorbereiten, aber im besten Falle nicht, indem wir uns ein Ziel vor Augen halten, was die Kinder denn dann lernen sollen, sondern ja vielleicht Gedanken haben, was dabei alles entstehen könnte, aber definitiv in unserer Haltung offen bleiben, was geschieht und was die Kinder daraus machen. Und bei der Begleitung sozusagen ganz, ganz eng und nah bei den kindlichen Interessen zu bleiben. Damit unsere Studierenden ein Gefühl dafür bekommen, was das bedeutet und wie man so etwas macht, machen wir genau das auch mit Ihnen. Sie sehen hier zum Beispiel Bilder aus einem Seminar im Modul frühe naturwissenschaftliche und mathematische Bildung. Und hier haben wir eine vorbereitete Umgebung geschaffen, erschaffen, wo die Studierenden zum Thema Licht und Schatten unterschiedliche Forschungsstation hatten und einfach ins Tun kommen durften. Also ganz anders, als sie es vielleicht noch aus ihrer Schulzeit erinnern. Die kommen dann nicht dahin und ich erzähle denen jetzt was über Licht und Schatten, sondern ich bin früher da, bereite da diese verstehenden Stationen vor und dann sage ich den Studierenden, okay, ihr dürft jetzt einfach mal ins Explorieren rein. Guckt, was euch anspricht, schaut, wo ihr neugierig werdet, wo euer Forschergeist hin will. Und das ist sehr, sehr schön zu beobachten, weil das sehr unterschiedlich ist. Sie können sich das vorstellen, zum einen gibt es Studierende, die sofort loslegen und direkt tausend Ideen haben. Es gibt auch andere, die erstmal ins Beobachten gehen und gar nicht so genau wissen, was sie tun sollen. Und dann ist aber das Schöne, wenn alle ins Tun kommen, und das passiert fast immer nach einer Weile, dass man sehen kann, wie vielfältig das Thema Licht und Schatten zum Beispiel, also es gibt es ja auch für andere Bereiche, aber jetzt bleiben wir mal bei dem Thema Licht und Schatten, wie vielfältig das aufgegriffen wird. Es gibt meistens Studierende, die ganz schnell auf diesen ästhetischen Bereich angehen und gucken, wie schaffe ich das, besonders schöne Formen darzustellen. Es gibt andere Studierenden, die ganz stark in das theoretisch-experimentelle einsteigen, die also wirklich Fragen aufwerfen, wann wird Schatten nach hinten geworfen, wann nach rechts, wann nach links, was muss ich tun, damit der Abstand größer und kleiner wird und so weiter. Und dann gibt es aber auch die Studierenden, die anfangen, ganz schnell direkt in Geschichten einzusteigen. Wir haben auch ein kleines Schattentheater und die dann Schatten, die dann Geschichten entwickeln und dazu zum Beispiel mit dem Schattentheater noch Figuren hinzuziehen oder vielleicht sogar selbst gestalten aus Pappe, wenn da was bereitsteht oder wir dann es merken und es bereitstellen. Das ist der Punkt. Wir als Dozierende versuchen in diesen Momenten genau in die Rolle zu gehen, die wir uns wünschen, die die Studierenden später in den Kitas einnehmen. Das heißt, während die Studierenden jetzt in dieser vorbereiteten Umgebung ihrem Erfahrungslernen nachgehen, ganz egal auf welche Art und Weise, laufe ich umher, ich fotografiere die Studierenden, ich höre zu, ich zeige ihnen meine Wertschätzung, ich zeige ihnen mein Interesse. Wenn zum Beispiel ich dabei bin, während so ein Theaterschatten, was ich gerade als Beispiel genannt hatte und ich merke, oh da ist die Idee oder die Idee würde passen, jetzt selbst Figuren zu gestalten, gehe ich nochmal kurz weg, bringe eine Kiste mit Scheren, so Spieße und Pappe und frage hier, wäre das spannend für euch hier noch was zu haben, um Figuren gestalten zu können. Das heißt, ich knüpfe an den Erfahrungen der Studierenden an. Das ist das, was wir uns wünschen, was die Studierenden dann auch später machen, wenn die Kindergruppen in den Klecks kommen. Und das ist auch das, was wir jetzt mal ganz grob in aller Kürze zusammengefasst unter einer partizipatorischen Didaktik verstehen. Also wenn wir die Selbstbildungspotenziale der Kinder oder auch der Studierenden in den Fokus stellen, wenn wir möchten, dass der Verwirklichung von Selbsttätigkeit Raum gelassen wird, wenn wir möchten, dass Bildung als Wechselwirkung zwischen dem Ich und dem Du und dem Ich und der Welt und in dem Sinne auch zwischen mir und den Materialien, den Sachen und so weiter, Bildung so verstanden wird, dann geht es darum, dass wir all das in einen Zusammenhang miteinander bringen. Das bedeutet, wir beobachten das Subjekt, sei es jetzt das Kind, eine Studierende, die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Ich finde, das ist ganz egal. Mittlerweile bin ich dafür, dass partizipatorische Didaktik von der Geburt gelebt werden kann bis hin ins ganz hohe Alter. Also man könnte wahrscheinlich in Altenheimen auch wieder partizipatorisch sehr, sehr gut mit so einer Art Didaktik arbeiten, damit die älteren Menschen auch wieder ein Gefühl von Selbstbestimmung erhalten können. Genau. Jetzt möchte ich aber noch mal kurz zurückkommen auf die partizipatorische Didaktik. Hier spielen natürlich Themen wie Strukturpotenziale, Sachpotenziale, soziale Potenziale eine ganz große Rolle und die Lernwerkstattarbeit ermöglicht uns, all das sehr bewusst zu integrieren. Es gibt keine Pädagogik, in der eines dieser fünf Potenziale keine Rolle spielt. Je nach Konzept haben aber diese Potenziale sehr unterschiedliche Rollen. Also richte ich die Strukturpotenziale eher danach aus, was den Pädagogen die Arbeit erleichtert oder versuche ich zum Beispiel Strukturpotenziale so auszuleben, dass die Bedürfnisse betrugnisorientiert umgesetzt werden. Das ist jetzt, um das noch mal ganz konkret runterzubrechen, wenn jetzt ein Kind zum Beispiel gerne ganz viel Farbe benutzen möchte, ja, dann habe ich jetzt die große Wahl. Habe ich eine feste Regel? Habe ich irgendwie eine Regel, dass man immer nur ein Töpfchen mit roter Farbe oder welcher Farbe auch immer benutzen darf? Oder kann ich das der Situation angemessen entscheiden? Also kann ich entscheiden und auch mit dem Kind besprechen, dass wir nicht jedes Mal ganz, ganz, ganz viel Farbe benutzen können, aber dass in bestimmten Situationen, wo es jetzt vielleicht wirklich darum geht, mit Farbe zu experimentieren, Farbe wirklich auch in der Fülle zu erleben, wir auch mal mehr Farbe nehmen können. Als ein kleines Beispiel, was in Werkstattarbeit dann, ja, ganz schnell passieren kann, weil die Kinder auch sozusagen die ansprechenden Materialien, ja, als einen Ruf sehen, damit etwas zu tun. Wir nutzen also im Studiengang Kindheitspädagog das große Potenzial, die Lernwerkstatt zum Ort der Theoriegeleiteten Praxiserprobung zu machen und eine ganz enge Theoriepraxisverzahnung zu ermöglichen. Also nochmal konkret runtergebrochen, die Studierenden können dann zum Beispiel durch die Zusammenarbeit mit unseren Kooperations-Kitas, die dann regelmäßig mit einer bestimmten Kita-Gruppe über zwei Jahre hinweg zu uns kommen, also die Kinder kennen dann auch unsere Lernwerkstatt ziemlich gut, können sie dann zum Beispiel die Praktiken einer partizipatorischen Didaktik, die die Studierenden dann vorher und währenddessen auch vor allem in den Vorlesungen und Seminaren bei mir beispielsweise kennenlernen, dann ganz, ganz praktisch erproben. Um mal ein paar dieser Praktiken ganz konkret zu benennen, das wären zum Beispiel die Praktiken der Bereitstellung und Sicherung von Raum, Zeit und Material, sind aber auch Praktiken einer professionellen Beziehungsgestaltung. Also wie schaffe ich das, in kurzer Zeit mit einem Kind wirklich in eine gute Verbindung zu kommen, eine Interaktion reichhaltig zu gestalten und Beziehungen aufzubauen. Es geht um Praktiken der Initiierung von Gesprächsanlässen, gerade wenn man jetzt nicht längerfristig mit Kindern in Kontakt ist, was bei ihnen ja sehr wahrscheinlich anders ist in den Kitas als bei uns in der Lernwerkstatt, wo dann der Besuch nur anderthalb bis zwei Stunden dauert. Es geht aber auch um Praktiken zur Unterstützung und Aufrechterhaltung von Peer-Interaktionen zum Beispiel. Also wenn ich zwei Kinder habe und beide unbedingt gerade an der Linsenkiste spielen wollen, wie schaffe ich das, das so gut zu begleiten, dass beide Kinder wunderbar auch gemeinsam in ein Erforschen kommen können. Unsere Studierenden werden somit auf ihre zukünftige Berufspraxis vorbereitet, indem sie die überaus wichtigen Fähigkeiten zu beobachten, Situationen im Nachgang zu reflektieren und zu analysieren, über vier Semester hinweg erproben und ausbauen. Die Studierenden erhalten somit auch kontinuierlich die Möglichkeit an ihrer professionellen pädagogischen Haltung und ihren didaktischen Fähigkeiten zu arbeiten. Dazu möchte ich Ihnen gleich dann ein ganz ganz konkretes Beispiel zeigen, wo ich wirklich mal ganz ganz tief in eine feine Analyse einsteige und eine zweieinhalbminütige Videosequenz Ihnen dann sehr ausführlich beschreiben werde. Sie sehen hier unseren Regieraum. Das ist der Raum, der eine Etage über unserer Lernwerkstatt ist. Unsere Lernwerkstatt ist mit vielen Kameras an allen Ecken ausgestattet, so dass, wenn die Kinder da sind, die Interaktionen auf Video aufgezeichnet werden und unsere Studierenden im Nachgang die Aufgabe haben, sich dann sozusagen ihre Interaktionen nochmal anzuschauen und diese dann theoriegeleitet auch zu reflektieren. Dazu komme ich dann gleich im nächsten Part, wenn es dann wirklich darum geht, auf diese Interaktionen einzugehen und ja ganz ganz konkret zu werden. Wie sieht das dann im Detail aus? Ja, dann möchte ich jetzt den Fokus meines Vortrags gerne darauf legen für heute, welches Potenzial die Lernwerkstattarbeit denn für Interaktionen hat. Auch das gerne ganz konkret an der Art und Weise, wie wir damit arbeiten. Unser Ziel ist es zum einen, eine intensive Beobachtung und Reflexion von Interaktion im pädagogischen Alltag zu entwickeln, die Handlungskompetenzen der Studierenden in Kind-Fachkraft-Interaktion zu stärken und über eine differenzierte, wahrnehmende Beobachtung auch die kindlichen Bildungsprozesse genauer anzuschauen. Das heißt, es geht uns hier nicht um die Bewertung der pädagogischen Interaktion, sondern es geht uns vielmehr darum zu schauen, was für Potenziale für die Gestaltung zukünftiger Interaktionen im Alltag zu erkennen sind und ausgebaut werden können. Und wir machen das bei uns ganz konkret so, dass wir, jetzt stelle ich Ihnen ein Beispiel aus dem zweiten Semester gleich vor, im zweiten Semester in dem Modul Beobachtung und Dokumentation verschiedenste Beobachtungsverfahren vorstellen, dann aber sehr, sehr konkret mit dem wahrnehmenden Beobachten über längere Zeit arbeiten in der Übung und zwar auch in der Übung, wo die Kindergruppen uns besuchen und in dem Modul Kommunikationssprache und Literacy auch mit unterschiedlichen Verfahren arbeiten wie Mathemeo und Gina und dann aber sozusagen hier werde ich den Fokus auf Gina legen und dann auch in den Interaktionsanalysen noch mal ganz genau mit den Gina Reflektionsbogen noch mal auseinandersetzen und diese als Hilfe und als Unterstützung nehmen, also die Studierenden auch, sie als Unterstützung nehmen, um ihre Interaktion ganz konkret noch mal zu reflektieren. Dafür habe ich Ihnen hier ein kleines Schaubild mitgebracht. Haben Sie jetzt nicht den Anspruch bitte, dass Sie das lesen können? Das brauchen Sie jetzt gar nicht zu lesen. Entweder Sie kennen das und wenn nicht, geht es einfach darum, dass Sie sich vorstellen können. Es gibt drei Skalen und diese drei Skalen sind die drei Kugeln sozusagen. Das eine ist Beziehung gestalten, das andere ist Denken und Handeln und das dritte ist Sprechen und Sprache anregen. Und dann gibt es sozusagen für jede Skala unterschiedliche Merkmale und man kann dann sozusagen, wenn man eine Szene sich anschaut, hingehen und zum Beispiel für die Skala Beziehung gestalten gucken, wurden die Merkmale, die unterschiedlichen Merkmale hier umgesetzt. Wie sind sie mir gelungen? Und das Schöne ist, man kann sogar auch einzelne Merkmale rausnehmen und dann wirklich ein einzelnes Merkmal ganz genau sich anschauen. Das ist das, was ich heute mit Ihnen machen will, weil ich es liebe, in die Tiefe zu gehen. Das ist auch das, was ich liebe an dieser Lernwerkstattarbeit und unsere ganzen Kameras und so weiter, weil man mal raus kann, in den Vorlesungen, da geben wir ganz viel Wissen weiter und da erzählen wir ganz viel über ganz viele Konzepte und so weiter und dann sind wir beim Detail. Und wenn wir jetzt eine Interaktionsszene haben, können wir wirklich wie so mit der Kamera zu zoomen, können wir jetzt auch mal mit unseren Reflexionen hinzoomen und uns eine Sache im Detail anschauen. Und da haben wir jetzt für die Gina-Analyse uns die Skala Beziehung gestalten und das Merkmal Zuwendung zeigen herausgesucht. Und wir haben das Ganze verbunden. Also es ist jetzt unsere Art, dass wir gesagt haben, wir machen aus dieser Videoszene, die wir Ihnen gleich einblenden werden, wo Sie erstmal aufmerksam selbst beobachten dürfen, was Sie wahrnehmen, schreiben wir sozusagen eine wahrnehmende Beobachtung, in der die Gina-Analyse reinfließt. Also es ist eine Kombination, deshalb die beiden Bücher hier eben, die Sie gesehen haben. Es ist eine Kombination, die wir machen, modulübergreifend aus den wahrnehmenden Beobachtungen mit einer Gina-Analyse. An der Stelle ein ganz großes Dankeschön an Dagmar Nieke, meine Kollegin, die auch heute hier dabei ist, mit der ich das Modul gemeinsam mache. Also sie übernimmt das Modul Sprache, Kommunikation und Literacy und hat hier ganz, ganz viel zu der Gina-Analyse beigetragen, die ich gleich auch vortragen werde. Okay, so viel bis hierhin. Dann würde ich sagen, dass wir jetzt einmal ganz kurz die Videosequenz einspielen und würde Ihnen gerne einfach den Auftrag geben, dass Sie das einfach auf sich wirken lassen. Das sind zwei bis drei Minuten und dass Sie einfach mal schauen, wie viel Sie wahrnehmen in der Interaktion zwischen dem Studierenden aus dem zweiten Semester. Ich nenne ihn hier mal Lukas. Wir haben die Namen natürlich anonymisiert und einem fünfjährigen Mädchen, die wir jetzt hier als Laura bezeichnen werden. Soll ich das aufstehen? Ja? Ja. 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 Jetzt? Schaffen wir das? Ja. Okay, dann? Okay, und was trinke ich? Ich bekomme ich. Eier, weil ich bekomme. Eier, weil ich nehme ich fest. Geht das? Ja. Mein Löffel ist auch flach. Boah! Er steht von alleine. Geht das? Ja, genau. Geht das? Ja, genau. Soll ich die Beine sauber? Ja? Ja? Ja. Ja, aber nicht so hoch halten, dass du beinahst. Ja, also wenn wir die Beine saubern sollen. Noch mehr? 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 Komm, hol uns noch eine Farbe. Okay, mach die voll. Welche Farbe haben wir schon, Rita? Ja. Blau? Ja. Wow, Lennar. Soll ich das auch stehen? Ja. Soll ich da auch noch eine? Ja. Und jetzt da drin? Ja. Du machst das auch sehr okay? Ja. Ich da auch noch mal. Ich bin kein Problem. Ich meine. Ich kann noch nicht mehr machen, ich ja. Ich bin ein2000er. Es sind, ich bin ein. 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 Du willst noch mehr befüllen, oder? Gut, dann hoffe ich, dass Sie jetzt ein gutes Gefühl für die Szene bekommen haben und dass Sie vor allem jetzt Lust haben, wirklich mal mit Lupen, Gläsern, mit Lupenbrillen einmal nochmal ins Detail zu gehen und sich diese Szene Stück für Stück anzuschauen. Das sind Dinge, die dann sehr, sehr viel Zeit kosten, aber auch sehr gewinnbringend sind, wenn man sie dann einmal tut. Ich werde das so machen, dass ich jetzt tatsächlich diesen Part ein Stück weit auch Ihnen vortragen werde, weil wir da sehr viel Zeit reingesteckt haben, das sozusagen in eine wahrnehmende Beobachtung reinzubringen, wo dann auch, wie gesagt, diese Elemente aus der Gina-Analyse reinfließen. In der zu analysierenden Videofrequenz sitzen Lukas, der Student, und Laura, das Kind, gemeinsam an einem Tisch, auf dem eine mit Linsen gefüllte Kiste steht. In der Kiste befinden sich verschiedene Gefäße, Töpfe, Suppenkellen, Plastikröhre und Flaschen. Zu Beginn der Sequenz sieht man Lukas am Tisch sitzen, wie er aufmerksam Lauras Ton verfolgt. Durch seine sitzende Position befindet er sich auf Augenhöhe mit Laura, die vor der Linsenwanne auf einem Stuhl hockt und mit einer mit Linsen gefüllte Plastikröhre in der Hand hält. Lukas hat gemeinsam mit Laura diese Plastikröhre befüllt und legt die Keramikschüssel gerade aus der Hand, da er sieht, dass die Röhre bis oben hin gefüllt ist. Laura wendet sich mit der Frage an Lukas, soll ich das aufstehen? Dabei schaut sie Lukas an, der auch sie ansieht. Sie fragt erneut, ja? Und schaut kurz wieder an die Linsenkiste, als Lukas ihre Frage mit einem klaren Ja beantwortet. Laura zieht daraufhin sofort die Röhre hoch und lässt die Linsen voller Begeisterung in die Wanne gleiten. Daraufhin schaut sie Lukas wieder an, der auf die Linsen schaut, die in die Wanne prasseln. Dann lächeln die beiden sich an, ihre Blicke treffen aufeinander und Lukas klatscht zustimmend in die Hände. In dieser Interaktion ist das Wechselspiel der Signale zwischen Lukas und Laura gut zu erkennen. Er ist interessiert an ihrem Tun. Sie spricht ihn mit ihrer Frage direkt an und bezieht ihn so in ihrer Handlung mit ein. Sie schaut ihn an, hört dann seine Antwort, vergewissert sich durch einen zweiten Blick nochmal seiner Zustimmung, dann lässt sie die Linsen in die Wanne gleiten. Beide lächeln sich an und Lukas unterstreicht seine Zuwendung noch einmal, indem er in die Hände klatscht. Lukas bereitet hier durch seine auf Lauras Ton gerichtete Aufmerksamkeit, seine ruhige Tonlage und sein freundliches Lächeln ein positives, warmherziges Interaktionsklima, was Laura verdeutlicht, dass er ganz nah bei ihr und ihrer Handlung ist. Laura greift nun motiviert zu einer anderen Röhre in der Kiste, hält diese hoch und ruft, jetzt die! Sie bleibt Lukas zugewandt. Lukas wiederholt ihre Aussage und sagt ebenfalls, jetzt die! Und fügt noch fragend hinzu, schaffen wir das? Dabei schaut er auf die Röhre, die noch größer ist als die vorherige. Er zieht überlegend die Augenbrauen hoch und beobachtet sehr genau, was Laura tut. Laura antwortet selbstbewusst, ja! Er bestärkt sie in ihrem Ton, indem er sagt, okay, und dies mit einem Kopfnicken noch betont. Er traut es ihr zu und unterstützt ihr Vorhaben. Laura nimmt ein kleines Edelstahlkännchen aus der Kiste und sagt, ich nehme die und schippt damit die Linsen in die große Röhre. Da die neue Röhre recht lang ist, hält sie diese fest, während sie die Linsen reinschüttet, damit die nicht umkömmt. Lukas fragt, und was kriege ich? Er wartet kurz ab. Als er bemerkt, dass Laura nicht antwortet, wahrscheinlich, weil sie in ihrem Tun vertieft ist, sagt er, freie Wahl, und greift zu einer kleinen weißen Keramikschüssel mit Griff und sagt, dann nehme ich das. Er bringt sich so in die Spielsituation mit ein und signalisiert ihr, sowohl verbal als auch durch seine Stimmlage, ich bin dabei und interessiert an deinem Tun. Lukas lässt Laura den Vortritt. Als er seine Linsen in die lange Röhre reinschütten möchte, bemerkt er jedoch, dass dies nicht gut klappen würde aus seiner Sitzposition heraus. Daher steht er auf, um die Linsen besser in die Rohröffnung reinschütten zu können. Auch er hält die Röhre nun gemeinsam mit Laura fest und schüttet die Linsen aus seinem Gefäß in die Röhre. Als er damit fertig ist, lässt er die Plastikröhre wieder los. Auch Laura lässt daraufhin die lange Plastikröhre los und bemerkt begeistert, dass die Röhre nun von alleine stehen bleibt. Sie schaut Lukas an und ruft fasziniert, boah! Lukas reagiert darauf, schaut sie an, bemerkt ihre faszinierende Entdeckung und fasst diesen Worte. Das steht von alleine, sagt er. Nun stellt auch Laura sich auf ihren Hocker hin, um wie Lukas die Linsen noch besser von oben in die Röhre schütten zu können. Lukas schaut mehrmals prüfend, ob das klappt. Er fragt Laura, geht das? Und signalisiert über seine Gestik, Mimik und zugewandte Körperhaltung, dass er ihr assistieren könnte, wenn sie dies wünschte. Aber Laura zeigt, dass sie das alleine schafft und schüttet nun aus dem Stehen heraus die Linsen in die lange Röhre. Nun schütten die beiden mehrere Male nacheinander ihre Linsen ein. Lukas lässt Laura meist den Vortritt. Einmal, als die beiden gleichzeitig mit ihren Gefäßen oben landen, fragt er ermutigend, kriegen wir das zusammen hin? Laura bestätigt dies durch ihr Tun und ihre offene Gesichtsmimik. Und sie schaffen es tatsächlich, ihre Linsen gleichzeitig in die Röhre zu schütten, was zeigt, dass die beiden eine feine Abstimmung miteinander haben. Laura ist weiterhin ganz vertieft in das Schütten und Gießen der Linsen. Ihr Engagement zeigt sich darin, dass ihr Blick die ganze Zeit auf ihre Handlung gerichtet ist, es sei denn, sie kommuniziert mit Lukas. Ihre positive Körperspannung und ihre roten Wangen verweisen auf eine hohe Konzentration. Auch Lukas ist intensiv im interaktiven Forschungsprozess. Er nimmt seine Rolle als Mitspieler ein, wechselt aber auch immer mal wieder kurz zum stillen Teilnehmer oder zum Gesprächspartner. Sein Tun unterstreicht er mit einem engagierten Gesichtsausdruck. Auch er formt ganz unbewusst einen zugespitzten Mund in Kombination mit einem intensiven Blick. Auch dies bringt seine Konzentration zum Ausdruck. Durch das gemeinsame Tun und die intensive Begleitung zeigt er ihr, wie ernst er Lauras Handeln nimmt. Er wartet ruhig und feinfühlig ab, bis Laura ihr Kännchen gelehrt hat und er dann an der Reihe ist. Er signalisiert ihr so, auch über den gesamten Prozess hinweg, seine Bereitschaft mit ihr im guten Kontakt zu bleiben und mit ihr diese gemeinsame Interaktion zu durchleben. Als die Röhre etwas wackelt, nimmt er dies sofort aufmerksam wahr und bietet Laura seine Unterstützung an. Soll ich das halten oder kannst du das? Da sie aber unbeirrt weiter die Linsen in die Röhre füllt, lässt er sie machen. Dabei vergewissert er sich immer wieder, indem er sie anschaut, ob die Situation so für sie in Ordnung ist. Laura lächelt, während sie beobachtet, dass die Röhre immer voller wird. Lukas sagt, okay, mach du voll und wechselt nun in die beobachtende Rolle, um Laura den Raum zu geben, die letzten Linsen alleine einzufüllen. Als die zweite Röhre fast voll ist, setzt er sich beobachtend und interessiert auf seinen Stuhl. Er legt seine Hände aufeinander und bringt damit ein Stück weit seine Spannung zum Ausdruck. Gleichzeitig wirkt seine Körperhaltung und seine wohlwollende Mimik so, als würde er Laura signalisieren, gleich hast du es geschafft. Er bietet ihr beständig die Möglichkeit des gemeinsamen Blickkontakts, während sie sehr konzentriert weiterarbeitet und die Röhre bis zum Rand befüllt. Als die Röhre randvoll mit Linsen ist, lächelt Laura Lukas an, dessen Aufmerksamkeit sie sich offensichtlich bewusst ist. Und erneut fragt sie ihn, soll ich das aufstehen? Lukas nickt und lächelt sie ermutigend an. Dann zieht sie die Röhre hoch und lässt die Linsen wieder in die Wanne gleiten. Beide sind sehr zufrieden. Sie lachen gemeinsam und Lukas klatscht wieder begeistert in die Hände. Nun steigt Laura von ihrem Stuhl herunter. Sie kniet sich wieder hin und nimmt nun einen kleinen Becher aus Bambus zum Befüllen. Sie sagt, jetzt da drin und tauscht nebenbei ihr Schüttgefäß gegen ein größeres aus. Lukas wiederholt das Gesagte. Und jetzt da drin und fasst dies als Impuls auf wieder mitzumachen. Er nimmt sich eine blaue Schaufel als Laura freundlich, aber klar verbal zum Ausdruck bringt, ich kann das alleine. Lukas reagiert sofort darauf, indem er die Schaufel wieder zurücklegt und antwortet, du machst das alleine. Okay, er zeigt durch seine verbale Äußerung und durch sein Handeln, dass er Lauras Wunsch akzeptiert, auch wenn er vielleicht ein Stück weit überreicht ist. Er hält sich selbst nun in der Handlung zurück und begleitet den Prozess ausschließlich über seine Präsenz. Laura befüllt den kleinen Bambusbecher im Nu und stülpt ihn dann in die Linsenwanne. Dann schaut sie gespannt Lukas an und lacht. Lukas beobachtet den Prozess und lächelt zurück. Laura bezieht ihn wieder in sein Spiel mit ein und fragt auch hier ein drittes Mal, soll ich das aufstehen? Lukas lächelt sie an und nickt. Erst als sie seine Zustimmung hat, zieht Laura den Becher voller Begeisterung hoch und genießt sichtlich, wie die Linsen in Sekundenschnelle, schneller als man gucken kann, wieder in die Wanne zu den restlichen Linsen gleitet. Lukas bringt mit einem kurzen, aber freundlichen Ui zum Ausdruck, dass er ihre Handlung aufmerksam verfolgt. Fassen wir also zusammen. Immer wieder ist in der Sequenz die Wechselwirkung der Signale in der Pädagogik-Kind-Interaktion zu beobachten. Beide reagieren aufeinander. Lukas beobachtet aufmerksam, während Laura handelt. Dann bezieht sie ihn durch seine Frage ein, er antwortet und signalisiert durch Mimik und Körperhaltung, dass er ihrem Tun folgt. Sie vergewissert sich seiner Zustimmung und bekommt auch prompt das Signal zurück. Lukas' Signale sind über den gesamten Prozess kongruent. Er macht freundliche Kommunikationsangebote und zeigt großes Einfühlungsvermögen, indem er sich zurückhält, wo es nötig ist, und sich in den Prozess einbringt, wenn es in der Situation stimmig ist und passt. Die Eindeutigkeit seiner Signale wird dadurch deutlich, dass Laura adäquat Signale zurücksendet. Bei Mathe-Meo würden wir das nun wiederum Aktion und Reaktion nennen. Dass die beiden auf der Interaktionsebene in einem Feintuning, so könnten wir es auch sagen, miteinander sind und nicht nur Lukas, sondern auch Laura sehr genau Lukas' Signale wahrnimmt, zeigt das Ende der Sequenz. Als Laura ein weiteres Mal nämlich beginnt, den kleinen Bambusbecher zu befüllen, schaut Lukas das erste Mal auf die Regale und nicht auf Laura und wendet sich auch körperlich, wahrscheinlich ganz unbewusst, Laura ein Stück weit ab. Laura erfasst das intuitiv in Sekundenstelle aus dem Seitenwinkel und greift dies als Impuls aufzustehen, um sich nach neuem Material umzuschauen. Lukas steht daraufhin auch auf und ist interessiert an dem, was sie nun vorhat. Gemeinsam schauen sie sich weitere Materialien im Regal hinter ihnen an und hier beginnt dann eine neue Aktion. Ich hoffe, Sie konnten mir jetzt folgen. Das war jetzt eine wirklich lange Spanne. Sie haben gesehen, das waren zwei Minuten Video und ich weiß nicht, ich habe wahrscheinlich 10, 15 Minuten über diese Sequenz gesprochen. Ich hoffe, ich habe die Hälfte von Ihnen dabei nicht verloren. Ganz, ganz wichtig ist uns mit diesen Feinanalysen, die wir auch mit unseren Studierenden machen, zu zeigen, wie viel man in einer Sequenz entdecken kann, wenn man ganz genau hinschaut. Ich würde gerne Ihnen einfach noch mal kurz, um das Revue passieren lassen, die Aufgabe geben, erinnern Sie sich noch mal kurz an den Moment, wo Sie die Videosequenz das erste Mal gesehen haben und dann überprüfen Sie mal, ob Sie all das, was ich Ihnen jetzt genannt habe, was wir gesehen haben, indem wir natürlich uns das Video tausendmal angeschaut haben, immer wieder angehalten haben, Screenshots gemacht haben und so weiter, wie viel mehr dann auch Theorie geleitet, zum Beispiel über die GINA-Analyse, aber auch allein über die Art und Weise, wie wir diese wahrnehmende Beobachtung, die wir geschrieben haben, wir sehen konnten. Genau. Das ist so das, was mir noch mal so ganz wichtig ist und wenn wir das noch mal jetzt auf eine Metaebene bringen, könnte man sagen, dass wir die Interaktion, die wir hier gesehen haben, als wechselseitig-responsiv bezeichnen könnten, wenn wir jetzt in der ganz fachlichen Begriff wählen wollen, so habe ich es damals in meiner Dissertation genannt. Das bedeutet, es gelingt hier Lukas und Laura, den beiden, wie selbstverständlich aufeinander sich zu beziehen. Sie greifen jeweils die Impulse des anderen auf, verbal, aber auch non-verbal und schaffen somit eine ausgeglichene Balance der Beiträge. Und das Interessante ist, dass sie dabei wechselseitig Impulse geben. Sie erfahren sich also als miteinander verbunden, indem sie über die gemeinsame Tätigkeit, mit Linsen zu schöpfen und zu schütten, in Resonanz gehen. Diese Szene zeigt, dass es möglich ist, sich professionell über Praktiken des Beobachtens den Relevanzsetzungen der Kinder zu nähern und auf unterschiedliche Art und Weise in vielfältiger Form, also auch in vielfältigen pädagogischen Handlungsweisen, auf das Tun der Kinder zu reagieren. Und das sind ganz, ganz kleine Elemente gewesen, wie Sie sehen konnten. Also wann bringe ich mich ein, wann halte ich mich zurück, wann stelle ich eine Frage, wann stelle ich keine Frage. All das gehört zu diesem Feintuning sozusagen dazu. Jetzt möchte ich nochmal ganz kurz auf die Frage eingehen, mal so nebenbei, weil heute ist das Thema ja eher Interaktion. Trotzdem möchte ich gerne, das gehört ja auch dazu, nochmal sich einfach dessen bewusst zu werden, welche Bildungserfahrung konnte Laura denn jetzt sammeln beim Schöpfen und Schütten mit den Linsen? Also sie hat natürlich auch ganz viel dabei gemacht und natürlich geht es zum Beispiel zum einen um die feinmotorischen Fähigkeiten. Also sie muss ganz viel eine präzise Handhabung haben, um diese Linsen überhaupt aufnehmen zu können, um sie genau in diese Röhreöffnung reinzubekommen. Sie nutzt ihre Hand-Augen-Koordination, um die Linsen mit einem Schöpfbehälter aufzunehmen. Aber auch motorischen Fähigkeiten von Laura werden weiterentwickelt. Also der Moment, wo sie übrigens beim Lukas abgeschaut hat, das ist ihnen bestimmt beim ersten Mal Videoschauen auch nicht direkt aufgefallen. Also mir war es zumindest nicht direkt aufgefallen, dass sie just nachdem Lukas aufgestanden ist, dann auch aufgestanden ist auf ihrem Stuhl, um besser dran zu kommen. Und sich dann so selbst ganz gut ausbalanciert hat oder wie sie das Rohr ausbalanciert hat, als es kippelig wurde. Genau. Man merkt auch, dass Laura die ganze Zeit ihre volle Aufmerksamkeit auf diese Aufgabe richtet, dabei aber auch wirklich sehr intensiv kommuniziert. Und diese Konzentration wurde an vielen Stellen deutlich im Text. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht nochmal hervorheben. Es ging um die Erkundung der Materialeigenschaften. Das heißt, Laura konnte die Materialeigenschaften der Linsen ganz intensiv erkunden, während sie diese schöpfte. Sie machte taktile Erfahrungen. Sie konnte spüren, dass die Linsen eine bestimmte Textur und eine bestimmte Konsistenz haben. Sie konnte die Oberflächenbeschaffenheit der Linsen erkunden, indem sie diese berührte, fühlte und sie durch ihre Finger gleiten ließ. Eine differenzierte Wahrnehmung des Materials erfolgt aber natürlich auch über das genaue Hinschauen und weitere körpersensorische Prozesse. Auch Fragen wie, wie viel Kraft muss ich eigentlich aufwenden, um die unterschiedlichen Gefäße von unterschiedlicher Höhe aus, sitzend, stehend, hockend, in die Röhre zu füllen. Und auch da nochmal der Hinweis, indem Laura diese ganzen vielen verschiedenen Behälter mit Linsen füllte, konnte sie natürlich das ganz ein sehr, sehr intensives Mengen- und Volumenkonzept oder erste Erfahrungen damit, aber bei Laura merkt man, das sind nicht erste Erfahrungen, sondern schon tiefere Erfahrungen, schon sozusagen differenziertere Erfahrungen sammeln, weil sie das Gewicht und die Volumen vergleichen konnte. Welcher Behälter fast mehr, wie häufig muss man den kleinen Edelstahlbehälter befüllen, um die kleine Röhre, die mittlere und dann die ganz hohe Röhre zu befüllen. Der Bambusbecher hingegen ist ganz schnell gefüllt und so weiter. Und was ich ganz spannend fand, war, dass Laura besonders interessiert an der Falllinie zu sein schien. Also immer wieder war das für sie der besondereste Moment, wenn diese Röhre ganz voll war oder auch der Bambusbecher und sie dann immer den Kontakt zu Lukas aufgenommen hat, soll ich das jetzt aufstehen und damit meinte, soll ich das jetzt hochziehen, soll ich die Röhre jetzt rausziehen und sozusagen die Linsen wieder ins Becken gleiten lassen. Und da hat sie ganz genau diese Falllinie beobachtet. Ja, das fand ich nochmal ganz spannend und hier nochmal ein ganz, ganz kleiner Mini-Ausblick. Wenn wir jetzt im Seminar wären mit unseren Studierenden, wäre auch genau das der Moment, wo wir natürlich die Reflexion nutzen würden und auch in die intensive Reflexion einsteigen würden, neben dem, was Lukas hier wirklich alles ganz, ganz wunderbar gemacht hat, um in Beziehung oder um Beziehung zu gestalten mit Laura, könnte man dann hier mit ihm und den anderen gemeinsam nochmal reflektieren, dass er das Potenzial in der dritten Dimension Sprechen und Sprache anregen nach Gina hier noch besser hätte ausschöpfen können. Also Laura, wie gesagt, sagt immer wieder, soll ich das aufstehen? Er hätte das ganz einfach ihren Sprachwortschatz vergrößern können, indem er dann nicht nur Ja gesagt hätte, sondern zum Beispiel gesagt hätte, oh ja, zieh die Röhre mal raus. Und damit, wenn das dreimal passiert wäre, Laura dann auch ganz bestimmt intuitiv schon erfasst hätte, das ist ja so eine Sprachlehrstrategie, dass man sozusagen einfach korrektives Feedback gibt, ohne darüber groß zu reden, dass sie dann merken würde, ah, okay, wenn ich das Rohr jetzt rausziehe, dann sagen wir dazu rausziehen und nicht aufstehen. Genau, und so gibt es natürlich auch andere Punkte, wenn wir jetzt nach der Gina-Analyse weiter vorgehen würden, könnte man zum Beispiel auch sehen, dass Lukas auch die Chance gehabt hätte, Laura emotionale Sprache zu vermitteln, indem er zum Beispiel, es gab so viele Momente, wo die beide Freude gezeigt haben, wo beide gelacht haben, wo er das zum Beispiel für sie in Worte gefasst hätte und hätte sagen können, oh, ich sehe, dass sich das richtig freut, wenn die Linsen wieder zurückgleiten ins Becken oder so. Das heißt, auch da haben wir natürlich das Potenzial, und das machen wir mit den Studierenden dann, neben dem zu schauen, was haben sie alles richtig gut gemacht, auch zu schauen, und welches Potenzial könnten wir noch weiter ausschöpfen. Und jetzt folgt auch keine Fein-Analyse mehr, sondern jetzt möchte ich Ihnen nochmal einen ganz kleinen Exkurs zum Thema Peer-Interaktion geben, das habe ich ja gerade schon angedeutet, und auch ein kleines Stück weit in unser Klecksgarten, in unserem Klecksgarten, unser naturnahes Außengelände sozusagen, zeigen, das wir vor zwei Jahren ganz neu haben gestalten lassen, und zwar auch dort mit dem Fokus, dass auch die Kinder im Außengelände vor allem Möglichkeiten für das Erfahrungslernen haben. Und ich habe hier geguckt und überlegt, wie möchte ich das gut verbinden, und habe dann mich bewusst für ein Beispiel entschieden, was inhaltlich ganz, ganz nah an dem Thema ist, was wir gerade hatten, also eben hatten wir Linsen-Schütten und Schöpfen und Schütten, und jetzt geht es um das Schöpfen und Gießen mit Wasser. Denn in der Klecks-Lernwerkstatt haben wir einen kleinen Bachlauf, Sie können sich vorstellen, dass der unglaublich beliebt ist bei den Kindern und immer im großen Einsatz ist, sie lieben das Spiel mit Wasser, wie alle anderen Kindern auch wahrscheinlich, also alle Kinder, die ich zumindest beobachten kann, lieben das Spiel mit Wasser. Und an diesem Tag, das war erst vor einer Woche, also ganz, ganz frisch diese Beobachtung, war es so, dass eines der Kinder in unserem Gartenhäuschen war und dort diese riesengroße Regentonne gefunden hat. Und es kam zu mir mit dieser Regentonne schon in der Hand, schaute mich mit ganz großen, strahlenden Augen an und sagte zu mir, sagte direkt zu mir, wir machen die jetzt ganz voll. Und ich musste einen Moment lang schmunzeln, ich war von der Idee sofort begeistert und war natürlich ganz neugierig, ob sie es wirklich schaffen würden, diese riesen Regentonne, die um fast 210 Liter, zu füllen, zu befüllen. Und gleichzeitig merkte ich, dass so eine kleine Sorge in mir hochkam, weil wir haben die Regentonne damals ins Gartenhäuschen gestellt, weil wir irgendwann dachten, also wenn die hier draußen steht und über Nacht irgendwann wirklich bei dem vielen Regen voll wird und mal irgendwie ein Kind in unseren Klecks Garten kommt, unbeaufsichtigt, könnte es hier ertrinken. Darum haben wir die natürlich sozusagen weggeräumt, reingeräumt. Das kam doch mal so kurz hoch und dann war aber ganz schnell klar, das ist keine echte Gefahr. Haben Sie vielleicht auch gerade im Kopf, wo Sie das sehen, aber die Gefahr gab es nicht. Wir waren mit ganz vielen Erwachsenen dort, die die Kinder begleitet haben. Also konnte der Spaß losgehen. Die anderen Kinder waren begeistert, als sie den Jungen mit der Regentonne kommen sahen und er sagte, lasst uns die voll machen, waren sie sofort dabei, sofort begeistert von der Idee und es dauerte keine zehn Sekunden. Da machten sich alle Kinder an die Arbeit und gingen an den Bachlauf, dort wo das Wasser direkt über die Steine rauskam, um Wasser zu schöpfen. Das Schöpfen und Gießen mit Wasser ist eines der Lieblingsaktivitäten der Kinder im Klecks Garten. Und dieses Mal wurde es von ihnen selbst mit besonderen Herausforderungen verbunden. Beim Schöpfen und Gießen mit Wasser können Laura und ihre Freunde nun auch im Vergleich zu der Szene davor mit den Linsen die Temperatur, die Textur und die Bewegungen des Wassers erkunden. Wie ist die Fließgeschwindigkeit des Wassers? Wie kann ich das Wasser am besten am Bachlauf schöpfen? Während zunächst noch die typischen Schöpf- und Gießmaterialien, die wir den Kindern im Garten immer bereitstellen, genutzt wurden, bemerkten die Kinder recht schnell, dass sie größere Behälter benötigen, um die Tonne erfolgreicher, beziehungsweise mit erfolgreicher meinten die Kinder glaube ich selber schneller, befüllen zu können. So wurden die größten Schüsseln besucht, die sie auftreiben konnten. Später kamen auch Eimer hinzu. Wannen wurden herangetragen, um die große Regentonne befüllt zu bekommen. Auch hier findet ganz viel soziale Interaktion statt. Die Kinder greifen die Idee eines Jungen sofort auf, setzen diese Idee gemeinsam um und erfahren dabei, wie viel Freude es macht, zusammenzuarbeiten, um ein Ziel zu erreichen. Sie erfahren auch, dass ein Kind eine Wanne voll Wasser gar nicht alleine transportieren kann, da das Gewicht viel zu schwer ist. Hier braucht es viele. Zusammen sind wir stark. Die Kinder zeigen viel Ausdauer und Engagement und die Tonne wird immer weiter befüllt. Als die Tonne schon fast voll ist, kommen die Kinder nun auf andere Spielideen. Sie werfen unterschiedlichste Gegenstände rein, um zu prüfen, was schwimmt und was sinkt. Plastikschirpe? Schwimmt die? Wie ist das mit der Keramikkanne? Sinkt die? Bleibt die oben? Viele Materialien werden reingeschmissen und immer wieder große Freude, Irritation, auf jeden Fall viel Austausch darüber, wie die Materialien schwimmen oder aber auch sinken. Zum guten Schluss möchten die Kinder die Tonne umkippen und sind ganz begeistert von der Idee zu sehen, wie der Bach mit Wasser überflutet wird. Die Freude ist ihnen förmlich ins Gesicht geschrieben. Sie nutzen den Moment, um das Wasser noch intensiver mit allen Sinnen wahrzunehmen und zu erfahren, wie das Wasser sich anfühlt. Denn viel Wasser flutet in den Bachlauf. Und was passiert jetzt? Laura setzt sich zum Beispiel mitten in den Bach rein. Halten wir das aus? Das ist die Frage, die die Pädagogen oft betrifft. Wir sind vorbereitet. Natürlich haben die Kinder alle Wechselkleidung dabei, von oben bis unten. Wir haben Handtücher und so weiter. So, dass das für mich ein Moment ist, den ich gut zulassen kann. Vor allem bei den Temperaturen, die da auch schon herrschten. Oder aber auch, die Kinder springen ins Wasser und erleben das Wasser hier nochmal ganz anders. Vor allem aber haben sie während des Prozesses beim Schöpfen und Gießen ein gutes Verständnis von Volumen und Mengen erhalten. Sie haben beobachtet, wie viel Wasser ein Behälter aufnehmen kann und wie viel Wasser benötigt wird, um ein anderes Gefäß, in diesem Fall eine große Regentonne, die ca. 210 Liter, fast zu füllen. Entschuldigung, jetzt habe ich mich kurz verschluckt. Also, fassen wir auch hier nochmal zusammen. Was hat die Peer-Interaktion ausgemacht? Die Kinder haben im Nu geteilte Aufmerksamkeit hergestellt und eine gemeinsame Idee, die ein gemeinsames Vorhaben entwickelt. Über die Umsetzung des gemeinsamen Vorhabens haben sie ein Gemeinschaftsgefühl erzeugt. Während der Handlung war ein Wechsel der Ausdrucksformen zu beobachten. Hier ging es vor allem um handelnd sinnlich konkrete Erfahrungen und um forschend experimentelle Erfahrungen, die die Kinder sammeln konnten. Jetzt kommen wir wirklich zum Schluss, wenn wir uns das nochmal jetzt anschauen, all die unterschiedlichen Szenen und Bilder, die Sie in der letzten Stunde gesehen haben. Was macht Lernwerkstattarbeit aus? Das ist so eines der Resümees. Es gäbe noch viel mehr, aber ich versuche es mal in Kürze zusammenzufassen. Kinder machen intensive Bildungsprozesse, wenn man ihnen Möglichkeiten des Erfahrungslern einräumt. Kinder brauchen anregende Räume innen und außen und Erwachsene, die Materialien zum Explorieren bereitstellen und manchmal auch didaktische Arrangements vorbereiten, ohne dabei Lernziele festzulegen. Kinder brauchen pädagogische Fachkräfte, die sich in Resonanz begeben und an gemeinsam geteilten Erfahrungen interessiert sind und diese auch bewusst gestalten. Kinder brauchen auch pädagogische Fachkräfte, die verstehen, wann sie sich einbringen sollten und wann Zurückhaltung angebracht ist. Kinder brauchen pädagogische Fachkräfte, die aufmerksam zuhören und an Geschehenes anknüpfen. Und Kinder brauchen pädagogische Fachkräfte, die Raum und Zeit für Peer-Interaktion schaffen. Sie brauchen andere Kinder, nicht nur um kooperativ zu lernen, aber ganz viel und Kinder brauchen Zeit zum Spielen. Denn auch hier konnte man wieder sehen, Bildungsprozesse geschehen vor allem im kindlichen Spiel. Denn das Erfahrungslernen ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Teil kindlichen Lernens, den man immer beobachten kann, wenn Kinder die Möglichkeit haben, sich wirklich ins Hier und Jetzt zu vertiefen. Ja, dann bedanke ich mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich blende hier nochmal einmal ganz kurz die Quellen ein. Ganz unten sehen Sie die Quelle, wo ich einen Artikel nochmal ganz speziell auch zu unserer Lernwerkstattarbeit im Klecks geschrieben habe, für all die, die den Vortrag jetzt inspirierend fanden und vielleicht auch nochmal gerade auch sich mit Hochschullernwerkstätten befassen möchten, ist der zu empfehlen. Und für alle diejenigen, die in der pädagogischen Welt, in der Kita-Welt eher unterwegs sind, empfehle ich das Buch Natur als Werkstatt, wo wir auch ganz viele dieser Gedanken drin haben. Und auch mein Buch zur partizipatorischen Didaktik in Krippe und Kindertagespflege. Es ist zwar fokussiert auf U3, hat aber auch ganz stark den Fokus auf genau diese Grundlagen. Was ist eine partizipatorische Didaktik? Was sind pädagogische Handlungsweisen? Welche Praktiken kann ich einsetzen? Und so weiter. Also ganz, ganz viel von dem, was ich heute hier vorgestellt habe. Vielen Dank.